Hallo den PS4 und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft und zwar spielen wir Skywars auf dem Gobble Server. Wir wollten ja alles durchspielen und jetzt spielen wir Skywars. Ich nehme einfach mal alles mit und schmeiße gleich wieder so ein paar Sachen weg. So, hast du ein paar gute Sachen oder so? Ähm, die anderen, die haben nämlich definitiv sehr gute Sachen. Ich habe überhaupt nichts Gutes. Ich habe auch nichts Gutes. Achso. Ähm, da kommen nämlich andere Leute jetzt. Da, die kommen! Ich habe hier, ähm, hier, 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 hier. Heel für dich! Aber drauf, Gott. Wir können ihn schaffen. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, nice, geil, 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 geil. Ich habe richtig random über einen Heel-Pots rumgeworfen. Ähm, kannst du mir die Dears geben? Nee. Ich mache jetzt nämlich ein Dears-Schwert. Lass mal zu dem anderen gehen, da gibt, weil der, der uns angegriffen hat, der hat noch einen Teampartner. Lass den mal, äh, schätzen. Echt, jetzt hat er noch einen Teampartner? Was für ein Dude. Nee, es sieht nur so aus. Hä? Natürlich hat er einen Teampartner, Mann! Ja, nur, ich, ich dachte, ich hätte was anderes geklopft. Gut, habe ich das wohl nicht geklopft. Warte, ich, ich bin noch nicht da. Ja, egal, ich, 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 wir werden da selbst drauf gehen, die Lava habe ich geplaced. Ähm, dann machst du ihn wieder weg, definitiv, dann machst du ihn wieder weg. Nein, nein! Doch, der, der, der stirbt da nicht. Gut, dann, dann stirbt er nicht. Ähm, da ins Loch, komm mit. Soll ich, soll ich, achso, ich wollte, ich wollte da Lava reinwerfen. Hier, ins Loch, komm sofort mit, komm sofort mit. Alter, wie krass der Typ ist. Alter, der hängt oben im Ding drin, das ist der, der ist RIP. Ich bin RIP. Wegen deiner scheiß Lava bin ich RIP. Alter, wegen deiner hässlichen Lava. Ich habe doch gesagt, dass du die wegmachen sollst. Ich habe die weggemacht. Ja, warum hast du die überhaupt hingemacht? Warum hast du die da hingemacht? Ich bin wegen dieser hässlichen Lava gestorben. Alter, wie geil. Wir zählen uns gleich wieder. Ja, Expection Connection, Alter. Nee, Connection. Expection Connection. Ja, okay, dann war es anders, aber trotzdem. Ja, ich bin gekickt worden. Ach, Finn, jetzt muss ich ja auch raus. Aha, alles klar. Nur wegen dir. Ach gut, jetzt bin ich gleich im nächsten drin. Schon wieder, nee, Playground. Playground, Playground. Ja, ich bin schon wieder Playground. Ja, wir playen im Ground. Das kommt rein. Dida ist besser. Da haben wir noch eine Chance zu gewinnen. Dida ist besser. Aber ich bin mir da nicht sicher. Denn Dida ist besser. Fuck, Spinazie. Keine Ahnung. Das kommt rein. Nein, das kommt nicht rein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Okay. Nice. Danke. Darf ich das reinnehmen, Jonas? Nein. Ist mir egal. Ich weiß. So, sind wir in der neuen Runde und jetzt bitte keine Lava random placen. Das fände ich jetzt tatsächlich nämlich nicht so. Die war nicht random, die war dafür da, um den zu töten, aber ich hab's nicht hingekriegt. Ähm, ja, du hast es nicht hingekriegt, weil der überhaupt keinen damage davon bekommen hat, aber ich halt dafür. Ja, wenn du so dumm bist und einfach reinläuft, Alter, da kann ich auch nix für. Achso, du hast das Teil schon. Ich dachte, du hast es nicht. Ähm, ich hab fünf Lears. Ich hab eine Heal Potion. Also die Heal Potion ist es definitiv mehr wert. Ähm, ich hätte noch, ähm, nen Eisenschwert für dich, falls du eins brauchst, warst du nen Eisenschwert? Ich hab ein Eisenschwert. Das ist das, was man als Standard am Anfang bekommt. Das ist ein Argument. Du bist jetzt wieder dort oben. Ähm, hier, warte, hab ich noch was anderes. Schuhe für dich? Ich hab Schuhe. Ja, aber bessere Schuhe. Ah, Schuhe sind besser. Alter, ich wär fast runtergelaufen. Ähm, du hast die Ehre, dich dorthin zu bauen, wenn du Lust hast. Die haben ein bisschen besseres ergriffen, als, ähm, man das hofft, aber das ist nur einer. Also, das sind zwei. Wir werden draufgehen, werden wir die nicht runterschlagen. Einem, lass dir noch an, da, da ist noch ein anderes. Da kam, da kam ein Dude von hinten. Der hat mich getuited. Ich war instant tot, hä? Gut. Also, der hat mich one-hit gemacht. Mich hat der auch getuited. Also, ich weiß es nicht. Der hatte entweder ein scharpenes 5-Dier-Schwert, was er nicht hatte. Oder, ähm, das war, alter, sehr myst... Mysterioooooooos! Ich bin... Hä? Warum bin ich jetzt wieder in eine andere Runde? Woll, was war das? Ja. Warum bist du jetzt in einer anderen Runde? Mysterioooooooos! Also, du musst es dann richtig geil mit Schrift animieren, Alter. Aber es ist so richtig schlecht, dass die Schrift dann noch so richtig wackelt. Nee, das nicht. Doch, und dann muss er, äh, dann muss er ein Bildschirm springen. Ein Bildschirm wird definitiv nicht springen. Ähm, der wird, ähm, da ganz ruhig sein und jetzt nicht irgendwie so irgendwie jetzt so rumspringen oder so. Das ist ein Jumper. Das ist ein Jumper. Mein Bildschirm ist ein Jumper. Ich könnte dich jetzt mit der Lava einfach anbrennen. Aber, so einer bin ich ja zumindest das mal nicht. Ja, ich auch nicht. Du bist reingelaufen, du bist selber schuld. Danke. Seh ich eigentlich genauso. Ja, ich auch, sonst hätte ich's nicht gesagt. Wer reinläuft, der reinläuft. Pass auf, dass das da nicht jemand kommt. Achso. Ja, wenn du ein Hund scheiße trittst, bist du auch selber schuld und nicht der Hund. Ähm, jetzt können die dich schlagen. Du hast keine Blöcke mehr, du hast noch Blöcke, aber halt nur andere. So, wo sind die jetzt? Die haben uns verarscht. Ähm, die sind dort oben, die sind dort oben. Warte. Ich, ich muss, ich, ich muss, ich bin, bleib, ich bin hier gerade afga, also. Ähm, da oben. Die werden sich halt so safe runterchlagen. Ähm, der ist runter, der ist runter, der hab ich runtergeschlagen. Ich dachte, ich dachte, TNT explodiert von alleine. Ja gut, hab ich verkackt. Nee, sonst. First Blood hab ich bekommen, geil. Ich will da nicht hin. Schön, da bin ich jetzt relativ ripped. Nee, alter, die, die Mega-Kombo. Habt ihr's gesehen? Bist du Schwerda? Ich hab, ja. Team, 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 Team. Wait. Da kommt jemand, der will kein Team. Der ist böse. Team. Hä, ich hänge fest? Ja, das war alles. Ah, wo, ah ja, die Aschwerda hab ich ja. Schildkröte, ich hab, ich hab ein Achievement bekommen. Schildkröte. Ähm, der will ich gleich runterschlagen. Huiuiui, pass auf. Der kann uns beide töten, gell, wenn der einfach Lust hat. Der wird uns beide töten. Wenn der einfach Lust hat. Ähm, bau dich da nicht hoch, sonst. Der hat ein Labereimer, der hat... Wir gehen nach Gams und wollen wir nach Gams und... Weit, ich hänge im Spinn. Äh, wir... Wir hauen ab, wir gehen zu uns zurück, okay. Wir gehen zu uns zurück. Zu uns? Okay, wir gehen zu uns. Ähm, dann musst du Blöcke blazen. Wir sind jetzt richtig asozial. Denn wenn man so sozial ist, bleibt man normal. Und Gastfreundschaft und so. Äh, Achtung, die haben von der Mitte aus irgendwas... Lol. TNT-Fuzzi. Ja gut, TNT-Fuzzi tötet jemanden. Und es gibt TNT-Geräusche. Der macht seinem Namen auf jeden Fall alle Ehre. Ja. That is a doing. Alter, was machen die da? Wo, wer? Die können sich. Ja, da. Guck dir die Leute an. Komm mal mit hoch hier. Das Dumme ist, die haben halt extrem schlecht equipped irgendwie so. Ähm, ich... Ich kann dir ein Steinschwert geben mit Sharpness 1. Das ist besser als ein Eisenschwert. Okay. Komm mal, wir sind jetzt auch auf der anderen Himmel. Warte. Hier, nehmt das. Achtung, da kommt sie uns gleich. Das ist dort unten. Hätt der andere Bau den Weg gehabt. Ist der dumm, hä? Achso, hä? Sind die... hä? Die sind im selben Team. Genau. Alter, was ist los mit dem? Wir gehen wieder runter. Wir müssen jetzt gehen. Wir müssen jetzt gehen. Wir müssen gehen? Okay, wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Weil die hier... Was los mit denen, Alter? Okay, da, er kommt. Er kommt, wir gehen auf den. Hey, Leute, es leckt. Es hat übel geleckt gerade. Ja, ich weiß. Durch das hässliche Wasser. Alter, was ist das? Weil das so extrem hässliches Wasser war. Ich hänge fest! So. Äh, wir müssen drauf gehen. Komm, wir müssen jetzt drauf gehen. Was? Willst du drauf? Nein. Wir sind sneaky, okay? Komm mit. Sneak. Und bau zu. Ähm, ich hab... Bricks. Das fällt bestimmt nicht auf. Jedenfalls krass, was ich hier getan habe. Du kannst hier raus. Ich weiß nicht, wo ich bin. Der, ähm, der... Ich... Ich bin noch nicht tot. Echt jetzt? Ja, er kommt. Nein, du hast mich ge... Ähm, ich leb noch. Kannst du mit nach unten kommen? Du musst definitiv mit nach unten kommen. Ja, ich, ich, ich komme. Ich komme, hallo. Ich bin da. Der andere ist noch oben. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Wo ist der? Über uns irgendwo, kaum. Über uns. Keine Ahnung. Oder unter uns. Was? Das Wasser ist weg. Alter. Das bist du. Der ist über uns. Der ist über uns. Hä? Die fliegen, fliegen die bei dir auch? Nein, das Wasser wo... Nein, die Knechte machen das Wasser weg. Ja, ich... Fuck it. Das Wasser ist halt echt so komplett langgleich weg. Nein. Hä, warum fliege ich denn die ganze Zeit runter? Nein, die machen das Wasser weg. Ich werde es nicht überleben. Ich kann das nicht überleben. Nein. Was für ein Faggits, Alter. Was ist los mit denen? Gut. Warte mal, vielleicht kann ich... Vielleicht bin ich jetzt krass. Wir sehen uns gleich wieder. Warte mal, warte mal. Guck, guck, guck mir zu. Guck mir zu. Entweder ich verkack jetzt. Du verkackst. Ich bin immer noch im Wasser. Ja, das Wasser ist halt gleich weg, so. Nee, das Wasser bleibt da. Und du kannst doch Blöcke machen, dass du nicht... Jetzt ist das Wasser weg. ...ins und drauf gehst. Du kannst doch Blöcke machen, dass du auf dem Pappen bleibst. Ja, ist gut. Habe ich... Torte den. Ja, ich ertrinke. Das dumm ist... Ich kann eurem Fight nicht zuschauen, weil ich da nicht nah ran darf. Ha! Zwei Herzen. Bester Fight, Alter. Richtig. Alter! Nein, nein! Ich mach den! Ja! 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 Er ist weiter unten. Er ist weiter unten. Du kannst jetzt nach oben gehen. Der andere ist halt nach oben. Der andere ist nach oben. Das ist ein Dreier-Team. Ich kriege jetzt Schaden. Das ist ein Dreier-Team, Jonas. Das ist ein Dreier-Team. Ich bin tot. Das war... Das war eh ein Dreier-Team. Kann man nix machen. Als ob richtig unfair. Ja, ja, da waren zwei oben noch, die geteamt haben. So, sind wir in der neuen Runde. Ähm. Ja, neue Runde, neues Pech, würde ich ungefähr so sagen. Ähm. Also mit Finn als Teammate auf jeden Fall. Ja, ja, mit dir als, als Lava-Blazer, als Teammate auf jeden Fall auch. Hey, ja, Mann. Ich bin bester Lava-Blazer Ego West. Das ist natürlich auch eine Kunst wiederum. Hier sind nur zwei, statt drei. Natürlich auch schön. Ey, wo bauen wir uns hin? Weiß ich nicht. Du baust immer alles ab, geil. Die Welt gefällt mir nicht. Wir bauen uns trotzdem. Wir haben nicht so gute Sachen. Achso, ich dachte, wir bauen jetzt das ab. Ich hab keine Blocke mehr. Oh, lol. Ich hab's doch gar... Ich bleiß hier einfach eine Tür. Kann ich nämlich aufmachen. Und hochsprich. So. Ähm, du musst dich warnen, wenn die Typen da nicht... Keine Ahnung, wo ich die Tür her hatte, Alter. Achso, doch. Ich hab jetzt Wohnmobil abgebaut. Ey, was ist mit denen los? Du musst mich... Die haben irgendwie bessere Sachen als wir. Oh, ich hab Feuerzeug. Ähm, dann tu das bitte nicht anbrennen. Kannst du ne Workbench machen? Hier kurz hinplacen. Ja, kann ich, warte. Ähm, da kommt doch das andere Team. Deswegen können wir gleich... Warte, ich kann hier nicht was placen, so. Ähm, der eine von dem Team ist gestorben, grad. Warte, was... Was mach ich mir denn? Okay, dann können wir gleich drauf. Nur da kommt halt noch das andere Team. Da müssen wir auch aufpassen. Wir gehen erst, wenn das andere Team da ist. Wir gehen erst, wenn das andere Team da ist. Wir können draufgehen, wir können draufgehen. Die fighten, die fighten, die fighten. Oder? Guck, die fighten noch mal. Fabin. Ähm, da jetzt noch der... Fabin. Gut, äh, da war ich jetzt To-Hit. Wenn ich mich recht ansinne. Äh, warum bin eigentlich ich immer das Opfer jetzt so? Weißt du, damit es spannend wird? Zünde ich das jetzt hier an. Oh Gott, ich wäre fast runtergelaufen. Weißt du, dann... Das ist halt schon bitter, damit es halt nix bringt, dass du es da so angebrannt hast. Ach doch, das hat einen Glock zerstört. Alter, easy, man. Du, dann will ich dich so richtig krass bektate. Das hast du toll getroppt, dass du es wieder aufsammelst. Ich bin auszusehen auf die Tasse geko... Also, ich hab halt auszusehen irgendwie die Tasse gedrückt. Das war die, die Fail. Und Jonas wird den legendären Fight eingehen. Gegen zwei schlechte Clipster, die sich grad selbst umbringen. Putz! Hä? Die sind irgendwie richtig dumm. Hä, die haben den Baum angebrannt. Ja, läuft bei dir. Und, ähm... Das wird spannend. Kommt her! Och, Nudeln, Alter. Dann bin ich dir sicher, dass die kommen werden. Du kannst es nicht machen, weil die kommen da mit... Das ist sau-whisky. Das ist sau-whisky, weil die tun das jetzt einfach Dingsen. Es war so klar, dass das passiert. Es war doch so klar, dass die das jetzt machen, oder? Achso, ich hab mich angezündet selber. Deswegen hab ich gelacht. Hä, da ist ja gar nichts... Achso, doch, da ist was kaputt gegangen. Da ist schon ein bisschen was kaputt gegangen. Egal, war Taktik. Die hauen ab. Ich glaub, die denken, dass ich Angst hab. Aber ich hab keine Angst. Was machst du denn oben? Warum baust du dich jetzt da nach oben? Kannst du nicht den Weg... ...für normale Menschen nehmen? Ich bin einfach... Du bist zu scheiße. Du bist einfach so kacke. Was machst du denn da unten? Ich brauch Blöcke! Achso. Okay, die sind jetzt schon über alle Berge. Und kämpfen jetzt gegen einen anderen Full-Dia-Typen. Und da hat jemand tatsächlich, ähm, weil der keine Hobbys hatte, mit Workbenches seinen Weg gebaut. Nice one. Und der wird das alles da ficken, glaub ich. Da bin ich mir relativ sicher. Du könntest hier auch mal irgendwie weitermachen und so. Wie denn? Die werden die alles zersprengen. Also ich hab mir jetzt Blöcke geholt, deswegen geh ich jetzt weiter, aber... Ähm, beim nächsten ist da ein Tod. Echt? Ja. Glaubst du das? Traum auf. Ja, aber geh trotzdem weiter. Vielleicht kannst du nicht herunterschlagen. Vielleicht, aber auch nicht. So, 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 überhaupt keine Hoffnung mehr. Vielleicht kannst du nicht herunterschlagen. Von hoffnungslos. Vielleicht checkt er nicht, dass ich da bin. Tja, check definitiv nicht, dass du da bist, beziehungsweise jetzt noch nicht. Du bist so krass. Oh, er hat's gecheckt. Aber du kannst ihn herunterschlagen, vielleicht. Mach da TNT hin. Es bringt halt so gar nichts zu. Scheiße, ich hab vergangen. Ah! 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 Nein! Nein, nein! 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 Schlecht ein, wenn du schlecht bist, du weißt. Immer mit einem Herz abgezogen, also. Immer. Okay, wir können noch eins machen. Eins machen wir noch. Ja, okay. Waiting. Wir machen definitiv kein Schnell, weil alle selber am warten. Ah, nee, hier. Hier sind noch ein paar. Die man auch benutzen kann. Alter, das war schon krass, was ich gemacht habe. Es sind alle selber voll, die funktionieren. Ich bin irgendwie rausgekommen. Jetzt bin ich raus. Okay, dann war's das mal wieder von der Folge. Das wär bestimmt... Ähm, jetzt auch nicht allzu kurz gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, dass doch bitte eine positive Bewertung da. Und schreibt's in die Kommentare, wenn wir öfter Skywars bringen sollen. Und wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge Minecraft. Und bis dahin, tschüss. Ciao.